Ist das Ding an? Ich habe schon lange nicht mehr gevloggt. Hey Freunde, zunächst einmal wollte ich sagen, dass wir jetzt gerade einen 24-Stunden-Stream machen, beziehungsweise um 18 Uhr. Ich weiß nicht, wann ihr dieses Video guckt. Wir feiern aber nicht meinen Geburtstag. Ja, ich hatte Geburtstag, bin 25 geworden. Ich könnte mich eigentlich direkt schon in den Sarg legen, oder? Wir feiern 100.000 Follower auf Twitch. Das ist der Grund. Und es tut mir leid für die Leute auf YouTube, dass es momentan so schleppend läuft irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie verlaufen, Mann. Es tut mir sehr, sehr, sehr leid. Glaubt mir. Ich sitze hier nicht rum und denke mir, ach, die hier auf YouTube, die sind mir scheißegal. Sondern es tut jedes Mal weh. Es freut mich aber zu sehen, dass ihr trotzdem dabei seid, wenn ich ein neues Video hochlade. Ein großes, großes Dankeschön nochmal. Einigen wird es nichts bedeuten, einigen schon. Ich kann es verstehen, wenn ihr wütend seid. Und jetzt dachte ich mir, zeige ich euch einfach mal neue Sachen, die hier so passiert sind. Weißt du, das wollt ihr ja in einem Blog sehen. Wo fangen wir an? Die Katze lebt noch, keine Sorge, die wurde auch schon von einigen vermisst. Ach ja, wir haben jetzt übrigens einen Hund. Hi, Hund. Jana ist auch noch da und hat auch jetzt ein Piano. Spiel mal mein Lieblingslied. Und jetzt das andere. Ach ja, wir haben uns Balkonmöbel geholt. Und seitdem wir die haben, regnet es nur noch. Außer heute. Heute ist gutes Wetter. Aber ich mache jetzt einen 24-Stunden-Stream. Toll, und morgen wird es wahrscheinlich regnen. Wir haben uns so einen coolen Kopf über den Fernseher geholt. Keine Sorge, ist nicht echt. Ich mag einfach. Diese Ästhetik ist super. Da soll ich nicht ausdrücken, dass ich keine Tiere töte. Ja, und das war es auch schon. Sonst ist nichts passiert. Wir sehen uns dann im 24-Stunden-Stream. Bis gleich. Bis gleich.